Wir haben im Rahmen dieser Konferenz viele gute Beispiele gehört und begrüßen sehr die Idee, dass die Städte sich hier treffen und die Ideen austauschen. So zum Beispiel bin ich fasziniert von dem Beispiel New York, wo man die Migranten mit einem eigenen Pass willkommen heißt und sie damit zum Teil der Gemeinschaft der Stadt macht. Wir haben gute Beispiele hier gehört über die Möglichkeit Menschen in Jobs zu bringen, wie man Bildung noch besser optimieren kann und wir wollen diese guten Ideen gerade aus dem Markt der Möglichkeiten für unsere tägliche Arbeit nutzbar machen. Ja, wir sind in Deutschland im letzten Jahr natürlich von einer Welle erfasst worden. Mehr als eine Million Flüchtlinge dagegen muten die 25.000 für Kanada sehr wenig an. Und das, was wir gelernt haben, ist, es kann nicht der Staat alleine machen, es kann keine Firma alleine machen, es muss ein Werk der Gemeinschaft sein. Und insofern ist der Weg des Erfolges, wenn die gesamte Bürgerschaft mitmacht, wenn sich Freiwillige bereit finden zu unterstützen, dann kann man gemeinsam diese ungeheure Herausforderung meistern. Wir testen diese Grenze zurzeit aus. Nur wenn ich Bilder sehe, dass Menschen mit kleinsten Schiffen sich auf dem Weg über das Mittelmeer machen, dass hunderte Kinder schon ertrunken seien, dann weigere ich mich von einer Grenze zu sprechen, dann müssen wir helfen. Und insofern müssen wir unsere Grenzen jeden Tag neu austesten. Ich will aber der Meinung, dass ein so reiches Land wie Deutschland noch lange nicht an der Grenze seiner Möglichkeiten angekommen ist. Das ist eine Mischung auch aus Glück. Wir haben schon vor zehn Jahren angefangen, ein Büro für Migration zu bilden mit einer sehr engagierten Leiterin, die mich auch heute hier zu dieser Konferenz begleitet hat, Sybille Hausmann. Und wir haben da schon ein Netzwerk geschaffen. Und als dann der große Tag kam, als Tausende zeitgleich quasi zu uns kamen, waren wir wesentlich besser vorbereitet als andere Kreise oder Städte. Gleichwohl ist es eine ungeheure Herausforderung, der wir uns jeden Tag stellen müssen. Aber wir wachsen an unseren Aufgaben. Und ich bin der Meinung, wir müssen das Positive sehen. Wir haben in Deutschland oft die Mentalität zu sagen, das Glas ist halb leer. Ich bin der Meinung, wir sollten sagen, das Glas ist halb voll und optimistisch sein. Der Staat kann viel und muss viel tun, aber der Staat ist nur die Gemeinschaft aller Bürger. Und deshalb müssen wir als staatliche Stellen Rahmenbedingungen setzen. Wir müssen aber vor allen Dingen die Menschen gewinnen, zu helfen, dass wir in unserer Gemeinschaft die Flüchtlinge und Migranten willkommen heißen und in unserer Gemeinschaft wertschätzend aufnehmen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.